Die Legende erzählt von einem Bund edler Wächter, die sich dem Sieg über das Böse und der Rettung unseres Königreichs verschrieben haben. Aber sie verschwanden einst im Nebel von Ga'ul, sichtbar nur für jene, die an sie glauben. Schluss! Du machst dir Albträume. Aber das ist meine Lieblingsstelle. Du bist ein Schwachkopf, Soren, voller Geschichten und Träume. Was ist an Träumen so schlimm? Meine Krieger. Es ist an der Zeit, die Königreiche der Eulen zu erobern. Diese Vögel begehen einen schrecklichen Fehler. Wenn ihr zu den Wächtern wollt, habt ihr einen langen Flug vor euch. Dann gibt es sie wirklich? Oh, und wie es die gibt. Was hast du vor, Soren? Wir suchen die Wächter von Ga'ul. Ihr habt es soweit geschafft, weil er euch gegenseitig beschützt. Wenn ihr so weit geflogen seid, wie ihr könnt, habt ihr den halben Weg hinter euch. Was hat er gesagt? Wir haben den halben Weg hinter uns. Da waren ein paar echt finstere Vögel.